Musik Bei einem Besuch der Manga Comic Con ist jede Minute kostbar. Schließlich willst du deine Welt in vollen Zügen genießen. Also, mein Tipp, kauf dein Ticket vorab im Vorverkauf. Kein langes Warten an der Tageskasse. Mit deinem Ticket in der Tasche kannst du deinen Besuch ganz entspannt starten und gleich durch das magische Drehkreuz das Tor zur MCC durchschreiten. Und das Beste, du sparst auch noch Geld dabei. Und deine Anreise mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund ist auch noch inklusive. Ach ja, und die Vorverkaufsstellen findest du im Internet hier. Astrid Vielen Dank.